Jo Leute, was geht ab? Wieder mal Postalholics. Ich komm gerade vom Benefits-Konzert. War zwar nicht das, was ich mir vorgestellt hab, aber geht schon. Ich geb euch kurz mal einen Einblick in mein Album. Ein paar Bars mal zum Exclusive, Alter. Jo, press play und es gibt den Kopfschuss per Knopfdruck. Fuadji auf Speed, umhüllt von Hugo Bossdurft. Den Typ, den jeder aus der Strafanstalt kennt. Ich bin die Antwort auf die Frage deines Vaterschaftstests. Junge Postalholics, Softsider, ich bin für niemanden der Songwriter. Und bring jetzt deine Parts zum Ausscheitern? Das ist mein Intro, dein Team wirkt verblasst, denn ich ficke deren Mütter, wenn der Beat dazu passt. Aber ey, schau dir die letzten Jahre an, wo jeder rumstolzierte wie am angesagten Karneval. Wo jeder meinte, dass er seine Platte endlich rausbringt. Ihr labert alle von Cash und Stoff, doch verkauft nix. Endlich erwacht aus dem Knastkoma. Ich pumpe Zeilen auf das Blatt und genieß sie dann als Chartstürmer. Berg im Biss, ich zieh jetzt den Schlussstrich. Schnapp mir deine Mutter und mach aus ihr eine Puff, Bitch. Ihr wollt mir sagen, ihr seid G's und ihr seid anders. Doch hängt in eurer Freizeit mit mehr Nieten rum als Punker. Yeah. Das war ein kurzer Einblick. Ich hoffe, ihr downloadet euch mein Album. Das wird richtig killer, Alter. Beste Album. Ich habe das richtig Gefühl. Vielen Dank.